einstellung audio so jetzt kann ich euch wieder lauter drehen so und damit gucken wir uns labik punk oldtimer an den key habe ich gestern bekommen und ich habe keine ahnung was erwartet neues spiel ja spiel und 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 Jetzt ist es Tooth und Klaue. Jeder macht was sie aus, was sie haben. Sie leben und sterben. Und das ist noch meine Stadt. Ich regiere diese Stadt. Ich bin der Alpha Male hier. Und dann... Ich habe mich überrascht, Janos. Aber wir haben Zeit geholfen. Bereit? Ja, direkt zu dem Punkt. Wie immer. Nicht nur ein Hallo-Kiss? Schön zu sehen, Sonja. Ich sehe, die Jahre sind sehr nett zu dir, Janos. Aber dann, der Markt hat sich nicht geholfen. Viel hat sich verändert. Du hast nicht. Oh, ein Kompliment bereits. Das ist ein schnelles Start. Aber dann, ich bin hier für die Arbeit heute Abend. Und morgen? Wir sehen, wie es geht. Wir diskutieren wir den Job? Wie können wir die Töne jetzt nicht näher machen wollen? Ich bin der Film nicht gewonnen. Wir wissen, warum ich direkt zu dem Deus benötig bin. Ich stehe. Ich bin der Film nicht hier. Die Töne. Ich bin der Film nicht komplett. Wir wissen, ich bin der Film nicht Auto. Die Töne. Das ist alles, Janos. Es ist alles klar. F fakta das Wasser. Ich muss einen Routen finden. Ah, f*** ihn. F*** dich. Vielleicht. Für jetzt find ich einen Routen. Oh, ja. Und Rod und uns auch. Ich hoffe, das Geld ist genug. Wollte. Oh, nicht pretend, dass du nicht einen Anus brauchst. Du weißt, dass ich nur so viel Geld für die alten Zeit. Spann mich in. Interessante Story, du. Okay. Ja, Mutti, Mutti hat Spaß. Sprinten. Bleichen. Hallo. Kann ich bitte reden? Nein. Bedeutung, es warm wird, zu machen. Ja, kaffee, es ist hier. Ja, kaffee. Aufpassen. Wunderschön. Ja, ich bin in, da. Das war's. Es ist weg, wenn ich so sage. Ich gehe in. Sie? Nein! Hör, du kannst nur... Ah, versuchen, mich zu verhören. Ich brauche den Steg. Nein! Doch! Nein! Doch! Ich brauche meinen Bellen. Ich brauche meinen Bellen. Mal gucken, was das Spiel so bringt. Oh, verdammt! Diese Leute lieben zu spielen rough. Na, wir schauen, ob unsere Definition von rough ist. Okay. Reload! Das ist der G-Spot! Da ist der G-Spot! Ah, ich stehe noch auf BrimWord, danke für den Hinweis, äh, warte, äh, I'll fix it now. Ach, hast du es schon geändert, Ron? Ah, danke. Danke, Zara. Okay, das finde ich eine interessante Mechanik, zack, 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 also finde ich eine coole Hacking-Mechanik. Hey, das Schöpfen, das Schöpfen. Was mir fehlt, ist eine, ich glaube, der Mann hat Probleme, ähm, Zara, kannst du ihm nicht helfen? Sollen, sollen wir, sollen wir ihm helfen? Und was macht der Roboter da? Achso, der reinigt die Toilette. Können wir dir nicht die, können wir dir nicht die Tür aufmachen? Äh, aufmachen, zu machen? Muss doch nicht jeder sehen, was du da machst. Hört natürlich keiner, wenn ich das hier mache. Hallo, allgemeines Gesundheitsamt, ich hätte gerne ihre Papiere. Oh, mach doch nicht jeder sehen. Ich habe vorher noch einen Schöpfen. Oh, mach doch nicht jeder sehen. Ich bin ja. Nur, ich bin ja. Ich bin ja. Oh, mach doch nicht jeder. Falta mal. Super, aber ich bin ja. Oh, mach doch nicht jeder. also ich finde das spiel nicht schlicht dafür dass wir die ersten paar minuten das spiel ich habe auf evo nahkampf das ist ja interessant der war da gerade am kotzen krieg ich den silent ausgeschaltet guck mal ganz sneaky und den auch hi Oh, verdammt. Ich frage, wie genau diese Hologram ist. Gibt's hier was? Nö, hier war ich ja gerade. Okay, ab nach hinten. Looks like someone's left the kettle on. Okay. 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 Oh Oh Was ist back magst auch nicht von der games können die dauer schleifen und zusammen Inwiefern meinst du jetzt Ach du meinst du den gamescom streamer paris film Die gamescom hat heute morgen schon begonnen Aber darfst du nicht einfach Ah Es wird verwirrt Es wird verwirrt Looks like crap smells like heaven I am at a loss Von gott Äh Alter Einfach nur verwirrt Ich bin alt Ich bin alt Lasst mich Wenn du den generator Der generator Der generator Die pc hecku Oh Ach hier Oh Kiste Ach so f Ich war grad mit der maustaste Hallo F D'accord 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 Da ist noch eine kiste 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 D'accord 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 ich glaube ich habe einen zivilisten umgebracht aber noch zu hallo an die grüße dich mit kacab nicht mit trüffelmayonnaise die Letzter checkpoint laden danke so weit hinten ist der checkpoint okay das ist was ich nennen die Atmosphäre dann machen wir es halt anders wenn ich stealth dann so da doch noch ich habe eine zweite waffe habe ich gerade gesehen da muss ich mal gucken wie ich da dran komme mausrad nach oben nein nein Oh Oh Hahahaha So wird's gemacht Gott sei Dank Mann gibt der Pumpgang Andi wie war dein Tag? Hast du was so schönes gemacht God's graces Rodent Wait a sec kiddo I'll get you down Hi Grandpa Good to see you Anyone else would have picked his teeth off the floor having called me that kiddo How did you get into this shit rodent? Oh it's a long story and You wouldn't believe it right now anyway Still What I can tell you is that Hey there Sonja You're just in time Damn it Yanis They've driven away Did you at least sweep rodent's place for any traces Remember to check his body I don't think he'd be happy if I did it Neither would I Rodent Say hello to Sonja Oh he's alive then Well now that's a surprise A nice one I mean Say hello to him She says hello Wait do you guys actually know each other? Yeah A fleeting acquaintance to say the least Yanis Have you got the USB? No I have not got the USB Let me talk to rodent I'll call you back Yanis This USB The data it contains Is important yeah But the main thing is you're alive okay Now Tell me what I need to know Oh damn Those assholes who came here They took the USB drive How did they know I had it? The only other one who knew was Don't worry kiddo We'll get it back Oh and Don't worry about Sonja okay? I'm not leaving you alone And she'll get over it sooner than later Oh man Don't tell me you're banging her again She pays handsomely Just be careful please And don't be too quick to trust her Okay Hey Sonja We've just been talking about you babe Rodent sends his regards Listen Yanis I trucked the cars that I asked you to follow And since I'm doing your job Well I'm not gonna do yours Good to you though Charming as ever But business first Take a look around the streets See what you can find out about those guys Once you got your info Let me know And I won't tell you what's next See ya Take care Woah Sonja hey I mean This is awkward But I did what we agreed And We took money right? Oh yeah sure You'll get what you're doing And some more Not to worry old timer Did I ever break a promise? Take care Bye Bye I don't trust you I don't trust you I don't trust you So far Ich habe ihn. Untertitelung des ZDF, 2020 Du duu zack einmal stealth ausgeschaltet Das ist eine Notariouse Gang holt auf der Oberfläche dieser Block und ich finde es schwer zu glauben, dass Club Place ist legal No. hallo hallo war zu gut gepanzert 10s 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 11s 11s 15 15 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, alle sind in der Kontrolle. Es gibt keinen Grund zur Panik. Also wenn ich dafür keinen Twitch-Strike kassiere, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe es nicht. Oder zählt es als künstlerische Freiheit? Ich kriege den Gebäck gesteppt. Also KI ist 10 von 10. Finde ich gut. Mann, bin ich intelligent. Das war's für heute, meine Lieben. Oh, ein fernsches Ort, innit? Arme Junge. War's für heute. Entschuldigung. Zack. 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 ok wenn du Zeit für dich brauchst kein Problem meine Stomach ist immer rumblich wenn ich im Job das ist eine Seriös-Gang-Operation wir hier haben das ist ein Problem das ist ein Problem um Jesus Christ, I'd never get a board to find Coffin Okay, this is it. Let's see what these guys are made of Waffen-Shop Panzerbrechende Munition Okay, und wie kaufe ich den Gegenstand? Ich glaube, Andy ist gar nicht mehr da. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, Andy ist schon wieder weitergezogen. Ich glaube, ich glaube, ich hatte ein paar Wegezä don. Ich glaube, ich glaube, ich hoffe, ich habe ihn. Ich glaube, ich glaube, ich habe ihn überlegt, ich glaube, ich bin ein paar Wegezägen. FIGHTER So, jetzt kann ich mich kurz um den Chat kümmern, äh, vorhin stationiert, die letzte Woche No Man's Sky grundsätzlich auf Project Thumbboard 7 Days to Die Solo oder mit wem zusammen? Das ist eine sehr große Frau So, jetzt soll ich vorbei So, jetzt soll ich mich über das jetzt an, das was wir jetzt mal passe So, jetzt soll ich mich kurz um die Pläne ja da kann da kann 7 days to die einen sehr stark überfordern still alive babe and kicking i presume never doubted you janice you're always delivered top quality service and some good time too now talk to me dirty old timer what oh just teasing you i've dug up some intel sending it over to you as we speak the gang you've been up against they've got their chief man whoa whoa hold your horses babe who's got whom i've located a mall who's possibly in possession of pivotal intel goes by the name liquor he's some boost delivery king now his place just got righted by the same gang we are looking for liquor is probably still alive and the gangsters are trying to decode the usb's hiding place by experimenting on him ok and and you gotta go there and rescue him old timer find him squeeze him hard to his please his gods then see how it plays out i could squeeze you later start with him janice go well so dass sie haben jetzt auch bei selbst ist zu der go gott sei dank gott haben sie jetzt auch dass die system ja verändert was ich recht cool finde ja Ich finde das gut. Also ich mag die Open World und alles. Das hat so ein bisschen was so Open World Feeding von Borderlands, finde ich. Du findest hier überall Loot und Waffen. Hier bin ich schon wieder falsch. Hier war ich noch gerade drin. Wo muss ich denn jetzt hin? Da. Da muss ich hin. Habe ich eine Karte? Map heißt Karte. Nein, Spaß. Affenhandel. Sehr schön. Rot. Rot Munition. Und die Magazingröße hätte ich gerne upgrade. Es kann immer nur ein Upgrade aktiv sein. Gut. Gut. Gut, dann nehme ich mir das Schadensupgrade. Hehehehehehe aber interessant da ich mir solche upgrades kaufen kann was vorne waffen upgrades wo ich nur eins benutzen kann und hier hast du die apotheke da kann ich mir ausdauer upgrades und gesundheit upgrades holen und natürlich auch medikits hilft mir man gibt mir irgendwas gut dass ich dir geben könnte willst du vielleicht nicht ich war sie mir kann die ich dass ich 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 hier geht es raus aber ich muss doch da lang ich muss da hinten lang oder bin ich zu weit hier muss ich rein hey this place these people too by the way ok 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 schwierig das spiel muss ich sagen ok 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 und jetzt wo geht es jetzt weiter hier da hinten hin muss ich gut dann gehe ich hier doch mal raus habe ich mit dem revolver dahin revolver hat mehr durchschlagskraft geht 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 gut ich habe über 600 schuss geht 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 ich ich da ist der blaue pfeil und dem blauen pfeil geht 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 sie geht 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 Okay. Tontaube schießen. Erinnert mich so ein bisschen an Borderlands. Ich habe es nicht so gemein. Hallo, kannst du bitte einfach... Hey, nicht teleportieren. Hallo, der hat sich voll teleportiert. Ich fand ein paar dummer rumlaufen. Das finde ich jetzt nicht nett. Aber ich hoffe, es war euch ein schöner Einblick in das Spiel. Denn hier wird die Aufnahme erstmal enden. Und wenn euch das Spiel interessiert, dann holt euch doch auch.